Hallo und herzlich willkommen zum finalen Part von Let's Play DMC Devil May Cry. Das Ende. Frei von den Dämonen. Der Pfad ist frei, wir können herrschen. Was hast du gesagt? Der Pfad ist frei, wir können nun herrschen. Worüber herrschen? Über das hier. Über alles. Hörte. Du meinst wie Mundus. Nein. Nein. Wir werden nicht wie Mundus sein. Wir werden unsere Untertan respektieren, nicht für Sklaven. Untertan? Er meint dich. Er meint Menschen. Ich dachte, wir haben für die Freiheit gekämpft. Wir haben nur für seine Freiheit gekämpft, nicht deine. Häng doch mal einen Moment nach. Die Menschen sind schwach. Sie sind wie Kinder. Sie brauchen Schutz. Nicht nur vor anderen, sondern vor sich selbst. Wir. Du und ich. Wir haben sie gerettet. Wir haben sie gerettet? Wer sonst? Ein Mensch. Kat war hilfreich, aber... Hilfreich? Kat hat mein Leben gerettet. Kat hat Qualen überstanden, um deine Existenz geheim zu halten. Kat hat uns durch den Turm zu Mundus Versteck geführt. Ohne ihre Hilfe hätten wir es doch nie so weit geschafft. Wenn du nicht einsiehst, was für ein Chaos die Menschen verursachen würden. Wenn du nicht die Verantwortung annehmen willst, sie zu beschützen. Dann steh mir nicht im Weg. Ich werde alleine herrschen. Ich hab dir nicht geholfen, Mundus zu vernichten, damit du seinen Platz einnehmen kannst. Das werde ich nicht zulassen, Virgil. Und ich werde mich nicht aufhalten lassen, Bruder. Geh... ...zur Seite. Tu das nicht. Virgil, bitte. Halt dich da raus! Also direkt eine klasse Musik wieder. Ich muss es nochmal sagen. Bisschen leiser machen, denn wir müssen jetzt so langsam agieren. Ich finde aber übrigens, Virgils Klamotten sehen deutlich besser aus. Vielleicht muss ich da noch nicht agieren. Nein, fein. Weil eigentlich müsste es jetzt so langsamer dabei so weit sein, ja. Nee. Schön, dass ich nichts sehe. Kann oder darf. Je nachdem. Kann ich die Dinger zurückschlagen? Ja, kann ich. Tja. Oh Gott. Fettes... Ah, killehrer, da fuhren, sogar ich jetzt. Der Tee! Ja. Noch gewinn ich, Virgil. Was ist los? Muss es nicht. Muss es nicht, ja. Das ist dein Zeug. Dass es hier so blitzt. Oder wie kommt das? Mit keinem Verstand gerade ausgeglichen, weil ich nichts getan habe dafür. Aber ich nehme es zu hin. So, wie ist das? Okay. Ich dominiere den Kampf zumindest. Wo ist das jetzt? Kannst du was auch? Oh, du kannst dich sogar klonen. Schlecht. Aber das bringt nichts, wenn ich beide relativ zeitgleich hier treffen kann. Ich weiß nicht, ob es darum geht, dass ich das Ding tatsächlich mit aktiviere. Ich glaube, ich nehme ich nichts. Aber dann wiederum, sein Klon ist weg. Also vielleicht doch. Ich habe keine Ahnung. Na, komm schon. Ich habe keine Ahnung. Ich halte die Blase, das ist eigentlich nur noch mal gut bewacht. Wenn es ihn denn glücklich macht. Brudermord ist nicht unbedingt so schön, aber das würde ich auch machen. Tante! Tante, töte ihn nicht! Bitte! Ich flehe dich an! Bitte hör auf! Für mich! Na fein. Aber ich stimme dir den Arm ab oder so. Naja, nein, machen wir auch nicht. Wie immer. Und ja, ihr seht richtig, wir haben jetzt Werder mit einer weißen Haar auf. Die Welt wird jetzt von mir beschützt. Du hast die falsche Seite gewählt. Du bist kein Mensch, Tante. Du wirst nie einer sein. Ich hab dich geliebt, Bruder. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß genau, wer du bist. Du bist. Du bist Dante. Nicht mehr. Und nicht weniger. Ja, und du hast jetzt weiße Haare. Ja, Haare Ninja Theory in Cambridge, UK. Ist ja auch ganz schön eigentlich, dass man hier mal so ein bisschen so was von einem Making-of sieht. Ja, das war DMC Devil May Cry, das Reboot von, naja, Devil May Cry eben. Ich sag Reboot, aber das Problem ist, wie gesagt, es kommt nichts mehr danach irgendwie. Das ist so ein bisschen schade. Aber angeblich wird an einem neuen Trailer gearbeitet, seit... Keine Ahnung. Ich lese ja mal gerne einfach dann mal so ein bisschen vor. Wie übrigens lustig gewesen, wenn das Gameplay von mir gewesen wäre, aber glaube ich nicht. Gericht. Äh... Okay, im Prinzip war also nur wieder eine Gerüchteküche. Bläh. Gerüchte. Küche. So. Soweit ich das sehe. Ich weiß es auch nicht. Das ist irgendwie viel zu lange her. Okay, also soweit ich sehe, gibt es absolut keine Anliegen mehr da. Ja, ich sitze hier mit einem Handy, während ich aufnehme und versuche herauszufinden, ob da irgendwas kommt. Aber nein, absolut nichts. Ist schon wirklich schade. Es könnte mal echt was Neues geben, aber das ist nicht. Ach, wieder so eine Serie, die leider irgendwie ausgestorben ist, sozusagen. Naja, was soll's. Und im Endeffekt bin ich einfach nur froh über eigentlich dieses sehr, sehr gute Spiel. Warte mal ehrlich, es ist gut. Es spielt sich gut. Es hat zwar viel mit diesem... Drück mal diese Tastenkombi, diese Tastenkombi, vergiss nicht diese dabei zu drücken, dann musst du das noch machen, damit du da hinkommst und dann blablabla. Es ist viel drumherum. Aber... Wenn mal Neues rauskommt, ich weiß ganz genau, ich werd's kaufen. Das Spiel hier wiederum hätte auch noch ein DLC. Wenn man das denn haben möchte. Ich meine, es gab aber auch wieder so eine Version, wo es mit drauf war. Ich hab die halt noch wieder nicht. Weil es war Devil May Cry, ich musste es sofort haben. Und... Der DLC kostet glaube ich gerade noch 9 Euro oder sowas. Vielleicht irgendwann mal. Aber erstmal nicht. Der DLC kostet 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 nicht. lese, ist der DEC wohl auch nicht so schön. Sechs Missionen? Also, als AP braucht ihr es nicht erwarten, es sei denn, jemand spendet mir so eine Karte. Aber ansonsten, naja. Beziehungsweise, ihr könnt mir auch gerne was auf meinem Paypal-Konto spenden. Ich bin da immer für alles offen. Aber... So werde ich es mir wahrscheinlich nicht tun. Schade eigentlich drum. Ja, egal. Das Reboot selber fand ich klasse. Ich war auch damals sehr skeptisch. Aber die Musik ist stimmig. Das Gameplay ist stimmig. Die Weltgestaltung ist stimmig. Es macht einfach Bock. Und es ist, glaube ich, mittlerweile nicht ganz so teuer mehr. Also, auch da wieder wäre ich einer dieser Menschen, die jetzt sagen würde, greift einfach zu. Es macht einfach wirklich so einen Spaß. Und, ja. Gut, klar, ihr seht. 19 Parts. Teilweise um die halbe Stunde rum. Also, wenn ich halbe Stunde immer draufrechne, kann man fast sagen, 10 Stunden pro Spieldurchlauf. Je nachdem. es sind sechs oder sieben verschiedene, ähm, Schwierigkeitsgrade. Also, ihr könnt euch da gut durch die Gegend drübeln. von daher spielt es mal selber. Probiert es aus. Vielleicht schafft ihr ja den höchsten Schwierigkeitsgrad. Alle Gegner haben voller HP. Außer ihr. Ihr steppt mit einem Treffer. Das habe ich mal mit dem dritten Teil gemacht, den ich ja über alles liebe. Das mache ich nie wieder. Nie, nie wieder. Das war echt so ein... Wach. Follow the Trail of Blood appears on a Comichrist album Making Monsters. Never Surrender. Ja, das sind all die Lieder. Eigentlich all die Lieder sind so verdammt geil. Das ist halt wirklich so. Nur, dass die Musik jetzt vorbei ist. Das ist natürlich traurig. Okay. Für den Kampf gegen Virgil. Verkoppelt an einen Triple S. Das ist eine schöne Pyramide gerade irgendwie. Nochmal ein Sadistik-Rang. Und das war's. Wir erhalten Sohn des Spadas. Eine neue Variante mit neuer Gegnerverteilung und neuen Gegnerverhalten. Neue Kleidung. Weißhaariger Dante. Greife von der Missionswahl auf. Die Kleidung zu. Dann spielt man halt einen Weißhaarigen die ganze Zeit. Das ist jetzt kein allzu großes Wu. Aber es ist halt da, wenn man das möchte. Ansonsten kann man sich hier noch die ganze Konzeptzeichnung angucken. Aber auch hier wieder, da muss man auch noch alles auf verschiedenen Spielmodis freischalten. Ich finde sowas immer sehr, sehr schön, muss ich sagen. Was war denn jetzt gerade der Unterschied? Achso. Alt neu, alt neu, alt neu. Ähm, Trophäen. Die halt auch tatsächlich die echten Trophäen sind. Auch er ist ein Dämon. Aber auch hier schließe ein Level ab, ohne Schaden zu nehmen. Schließe Seelenfeuer ab, ohne durch die Flamme Schaden zu nehmen. Äh. Aber mit Mut und Ehre. Toll, mein Mantel ist verkohlt. Schließe eine Mission in zwei Minuten oder weniger ab. Für Tony. Na, alles so die Trophäen, die man sich sammeln könnte. 50.000. Dante auf dem höchsten Level. Sozusagen. Kampfverbesserung. Alle Schlüssel. Na ja, tatsächlich. 21 Geheimtüren. Habe ich noch nie gemacht, aber könnte man ja mal versuchen. Irgendwann. Oder auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, Statistik so als Allgemeines. Ich habe es einmal als Nephilim durchgespielt. Einmal als Teufelsjäger. Wir haben es jetzt in Teufelsjäger-Modus gemacht. Als Nephilim war ich scheinbar ein bisschen schneller. Die meiste Zeit bin ich im Engels-Modus gewesen. Auch schön. Und am meisten im Normal-Modus. Na ja gut. Wundert mich jetzt nicht. Mission. Gut, es gibt nur eine Elfenbein-Mission. Also ja, haufenweise Sachen hier. Ähm. Sonst, der blutige Palast, der ist freizuschalten im, naja, Playstation Store im Endeffekt. Den müsst ihr runterladen. Kostet aber immerhin nichts. Und ansonsten seht ihr ja, Dante muss sterben. Oder Himmel und der Hölle. Hölle und Hölle und Hölle. Hölle und Hölle und Hölle. Naja, wir könnten jetzt halt wieder gucken. Da seht ihr ja, Nephilim habe ich mal gemacht. Aber erst ab der Mission. Warum? Hä? Naja. Keine Ahnung. Da habe ich mich scheinbar mal entschieden, das irgendwie ab dem Punkt als Nephilim zu spielen. So, in das Spa da könnten wir reingehen. Und dann seht ihr, jetzt haben wir hier theoretisch Aussehen, die man sich im DLC-Shop auch wieder kaufen kann. Und hier normal und mit weißen Haaren. Ist dann jetzt der Standard irgendwie. Warum auch immer. Ja. Das war es aber von meiner Seite. Wir sehen uns beim neuen LP. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dahin. Auf Wiedersehen und Tschüss, Leute. Jetzt ist das Video vorbei, aber Dante prügelt sich auch morgen wieder über eure Bildschirme. Bis dahin könnt ihr euch ein anderes Video ansehen, meinen Channel aufsuchen, mir bei Facebook irgendetwas schreiben. Aber vor allen Dingen vergesst nicht, mich zu abonnieren, um weitere Videos zu sehen und auch Dante weiterhin zu unterstützen.